hallo und herzlich willkommen zurück zu world warships und eigentlich hatte ich mir jetzt überlegt machst du das hier problem nur ist ich bezweifle dass ich genügend geschädelt habe um die nagato zu kaufen und ja ich habe gestern noch mal ein bisschen gezockt und 10.000 glaube ich auf der fuhr erspielt ich hatte jetzt eine irre runde ich glaube das ist auch vom damage her meine beste runde aber ja 112.000 leider kein replay halt ich habe noch vor der runde gedacht nimmst jetzt aber mal wieder einfach auf auch wenn sie fuß so ist die ich ja schon im letzten video hatte aber nicht gemacht und ja kommt mal eben locker 112 113 1000 hingelegt war eine schöne runde aber naja leider ich glaube es war sogar noch ein draw ich bin mir nicht ganz sicher ob es die runde war ich weiß es nicht ich habe gestern ein paar runden gefahren und ja ich habe jetzt halt ich glaube nicht genügend credits für die nagato von daher werde ich das jetzt glaube ich nicht mit der free xp machen sonst würde ich das mit der free xp ja 2,4 und was macht man wenn man credits braucht man fährt die louise ja das ist doch wohl klar ich glaube da balle ich jetzt nicht rein weil ich meine da mache ich ja wieder minus will jetzt nichts verlieren groß ja wie gesagt ist jetzt bin auf jeden fall ein bisschen weiter gekommen und werde jetzt denke ich morgen auch wieder striemen am sonntagabend und ich denke da auch wieder ein bisschen wo ws zocken um da halt mal voranzukommen und ja ich meine es geht auch es geht relativ schnell so ein paar stündchen hat man die 20 10 20 tausend xp da schon aber in letzter zeit habe ich da gehört key nerf für mich da irgendwie hinzusetzen warum deuten das lang herbert ich bin fucking tier 3 aber wie man sieht tier 4 ist gerade am beliebtesten 18 leute ja jetzt habe ich wahrscheinlich ein match mit lauter tier 4 an matchmaking gg ne also über das matchmaking darf man sich nicht beschweren man ist in a beta das ist ja noch nicht ausgereift außerdem sieht das doch gar nicht so schlecht aus bis auf die iso katzen und die lengle ist oder iso kassin kassi iso kassi so ich bin gespannt wie das mit dem laden dauert weil normalerweise lebt okay ww ist das erste match das ist auch heute das erste match lebt immer relativ lange aber ich mache das hier gerade wieder auf die normale festplatte auf die interne und dann dauert das meistens noch länger wenn die festplatte voll ist die ist jetzt nicht mega voll aber nah dran andererseits stört es mich nicht wenn ich jetzt ein bisschen später reinkomme weil ich da nicht direkt losfahren muss aber es geht los schon ja ich glaube da mache ich mal einen kurzen stopp in der aufnahme so ja wenn ich ehrlich bin wirklich schneller ging es nicht es hat jetzt noch fucking zwei minuten gedauert ich könnte fast kürzen das ist echt krass gewesen das hätte ich jetzt nicht erwartet von meinem rechner aber da muss ich sagen hat ww ist einfach noch die wot krankheit die krankheit die gerade anfangen release wobei eigentlich ende open beta fand ich stark hatte und zwar dass die erste runde bei wot immer ewigkeiten gedauert hat zum laden das war auch damals schon so bei wot halt ich glaube das liegt halt irgendwie an der engine oder so deswegen haben wir früher in esl auch mal sind wir vorher in den trainingsraum einmal einfach nur um die map die als nächstes kommt quasi vorzuladen das hat auf jeden fall gut funktioniert hier glaube ich lohnt sich das nicht wirklich aber ja battle gegen bots wäre natürlich schneller andererseits ist es hier dauert es einfach generell ein bisschen also das erste mit dauert halt ein bisschen mit dem laden aber die nächsten sind dann meistens relativ fix und wer weiß wenn dieses mit schmäger kacke wird dann was macht er denn das ist wieder die fahrkunst von morgen aber da sieht man oh scheiße kommen wir brauchen die torpedos ich liebe dieses schiff es ist einfach das geilste das geilste shit ever schade wie so ein bot der merkt das wahrscheinlich gar nicht ich sag jetzt nichts mehr dazu aber er hat anscheinend schon team kill gegangen gebannt ist er denke ich nicht er ist einfach nur etwas sehr stupid gehe ich mal von aus so die phoenix sollte jetzt gleich mal drin sein in einem ja hier jetzt gut die phoenix ist schnell die schüsse auch die fliegen auch so schön das ist in der wunde naja da muss man sich ein bisschen einschießen was geht dass ich jetzt gar nichts treffe hatte ich auch nicht erwartet vielleicht jetzt was was wo ist denn die ist sie jetzt ach was die ist schon kaputt neh es kann eigentlich die die eh dingens war doch wesentlich näher an der insel wo an der insel daran die was war das war doch auch ne luise meine ich die war doch viel weiter an der insel voran ist die davon gestorben Schade, fast So, Werdi, du liest jetzt noch 30 Knoten schneller Und ein bisschen wendiger, dann wäre das schon echt okay Ansonsten ist es natürlich nicht okay Nein, nein, nein So, davon sollte das Ding jetzt aber vielleicht sterben Oder halt auch nicht Ich treffe halt einfach gar nichts Das gibt es doch nicht Ich habe kein Glück Wenn ich hier auf die Oh, Mann Und die hätten wir wahrscheinlich getraut Ja, guckt euch das an Guckt euch das an Das ist doch, das ist doch nicht wahr Ja, wisst ihr was Dann machen wir heute eine längere Folge Gab ja in letzter Zeit auch nicht viel Ähm Ja Mach ich hier gleich noch eine Runde, denke ich Die hoffentlich etwas schneller lädt Aber naja Ja, wie gesagt Letzte Zeit gab es ja nicht viel Ich wollte eigentlich erst ein paar Sachen erforschen Aber ich spiele zur Zeit nicht viel Ähm, ich weiß selber eigentlich nicht warum Weil die Zeit hätte ich theoretisch eigentlich schon Aber, ähm Ne, derzeit einfach wenig Bot Oder eigentlich gar kein Bot Und auch wenig WoW ist Keine Ahnung warum Ist derzeit einfach so Und, äh, ja Dadurch, dass es nur zwei Stammbäume gibt quasi Kann ich halt nicht mal eben Noch eine neue Reihe gehen Und da dann neue Schiffe präsentieren Genau, die andere Seite Finde ich Braucht man das jetzt auch nicht Deswegen war ja auch ein Grund Äh, weswegen ich da denn Preview-Account eigentlich nicht wollte Weil ich eigentlich finde Dass man nicht immer andere Schiffe zeigen muss Mal ab und zu mal die gleichen gehen ja eigentlich auch Ist zwar scheinbar nicht klickfördernd Aber Who cares Oder zumindest bringt es natürlich mehr Wir waren ganz hohe, starke und opäige Schiffe Pferd Äh, ist Nein, es ruckelt nicht Die, jeder sehen will ja auch Krass Kriegt den jetzt noch Kriegt den noch da Die waren alle sehr Das war alles Oh Schade Das war alles geplant Das gibt's nicht Dass ich den jetzt nicht treffe, oder? Alter, mein Aiming ist aber auch echt für den Arsch Oh, scheiße Der, der muss eigentlich sterben Bevor Irgendwas Oh, fuck Der Destroyer kann da Ketten Das ist eigentlich unser größtes Problem jetzt Oh, und Ja, okay Mein Problem Mein größtes Problem ist jetzt das da Weil Es hat noch 30.000 AP Ah, nein, jetzt habe ich auch noch 30.000 Nur Er macht mir, denke ich Wesentlich schneller Irgendwas Schieße Aber da kann man top Ja, der Luis ist auch generell relativ stark Wie wahrscheinlich schon einige von euch mitbekommen haben Mit der würde ich mich auch echt gar nicht anlegen wollen Selbst mit einer Miyogi nicht Die ist einfach so stark Und hat gut HP Also Ich meine, der hat jetzt Klar, der hat jetzt Ich habe schon was abgezogen bekommen hier Aber Trotzdem Ich lege gerade schon irgendwie auf den Destroyer Wobei Ah, ja, wir haben ja müssen Zeit Erstmal das Ding Das ist wenig Hinterrücksgleich Ein paar AP-Schüsse rein Ballert Und ich dann Dahin vegetiere Mit meinen letzten APs Oh, das gibt es nicht Ich habe mich schon wieder Einfach angeschissen Ich kriege ihn einfach nicht down Ich muss da mal ein bisschen höher Ja Damit die ein bisschen schöner Dings da Fliegen Boah, das gibt es jetzt nicht Das gibt es jetzt nicht Dass wir das jetzt noch irgendwie verlieren, oder? Ich kann ihn leider auch noch nicht abschießen Ah, er fährt raus, oder? Nee Oh mein Gott MLG MLG Ah Ah, die sah ich schon fast MLG Flugzeugträger Also Respect Der hatte da alles frei, quasi Konnte natürlich auch nicht so weit hinten fahren, oder so Dann hätte ich ihn natürlich abschießen können Und was macht er? Äh, ist geil Äh, nicht, echt nicht Also es ist echt schwierig Nen, ähm Ein Destroyer mit Tops zu treffen, finde ich Also mit einem Cruiser oder so ist das noch was anderes Aber mit einem Flugzeugträger Ja, vielleicht ist das schon Hat, äh, ne Erwägung Äh, Erwähnung verdient So Ja, die Rehen ist, äh, die Kunst Die, die Luis nicht beherrscht Aber Hier Kann er auch nicht alles haben Das wäre ja dann wirklich OP So Ja Gewonnen ist es mehr oder weniger Schade Jetzt ist es schon gewonnen Ich glaube ich, das ist es doch bei dem Battle Die Wunder war ja doch nicht so schlecht Ja Die war definitiv nicht schlecht Oh, was? Was? Der hat 2-4 Basis-XP? Ach du Scheiße 2-4 Krass Also Krass So viel Das ist schon echt krass Ich meine er hat mehr als ich mit meinem Tagesding Crazy 2-4 Ich muss ja gerne gucken, was ich da habe Aber wie waren die so viel? Sehe ich nicht GG Krass 2-4 Also Das hatte ich auf jeden Fall noch nicht So viel ich weiß So Warum habe ich die noch nicht skippt? Ich habe das so sicher schon länger Die 3-Skipp-Punk Hm Das lohnt sich nicht Ich habe kein Aircraft Das lohnt sich auch nicht Weil ich glaube eine 120 Maxi Oder ein 100 Nee 120er Nee Oh, ich habe eine 152er Okay, dann lohnt sich das doch vielleicht Weil Der Skill gilt erst ab Ne 155 Ach Verdeck mich doch Ich habe 152er Ähm Das lohnt sich auch nicht Das Das Eigentlich ist das einzige Was ich lohnt Also wenn ich den Das Crewding auf dem Schiff hier lasse Alles andere Ähm Ja Das kann man noch gut nehmen Das brauche ich eigentlich auch nicht Weil Come on Wann ist es interessant Im Startschiff zu wissen Dass man nicht offen ist Es ist Die Wahrscheinlichkeit Dass man im Gefecht Da irgendwie abtaucht Ist relativ begrenzt Könnte man sagen Naja Soweit so gut Ich hoffe es hat euch gefallen Ähm Das war mal wieder Die Louise Und ähm Morgen am Sonntagabend Wird es dann denke ich Einen Stream geben Wo ich dann auf jeden Fall WoWs talken will Auf jeden Fall Will ich das Und wenn möglich Ich bin gespannt Das Ding sieht auf jeden Fall Schon mal übel aus Die Motsuki ging ja Anfangs überhaupt nicht Also ich kam überhaupt Nicht damit zurecht Aber inzwischen Jetzt mit den ganzen Upgrades und so Und hier Geht es auf jeden Fall Super Na ja Soweit so gut Vielen Dank fürs Zuschauen Euch noch ein schönes Osterwochenende Und tüttel